Hallo zusammen, herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge von Witcher. Wir sind schon auf dem Weg hier ins Badehaus, wo wir hier Junior, glaube ich, finden müssen. Wollen wir mal, vielleicht geht Witcher noch. Witcher ist eigentlich schon da. Ja, vielleicht. Ja, hallöle. Vielleicht gehen wir auch noch eine Runde schwimmen. Badehaus, das muss ich da runter. Mist, ich bin da oben lang. Warum? Ich hab's noch gedacht. Warum ist es eigentlich oben lang? Hola, boing. Guten Tag. Hm, ah, ja. Ja, ich zahle nicht geworden. Also bitte. Das sieht doch mal schick hier aus. Ist schön gemacht, ne? Kann man, kann man was anschauen. Hm, die Bade-Damen. Was soll der Krach? Das Badehaus ist geschlossen. Ich muss mit dem Besitzer reden. Ich weiß, dass er da ist. Weiß nicht, ob das eine Rolle spielt. Er ist schrecklich beschäftigt. Mir egal. Beschäftigt womit? Beschäftigt? Womit? Mit interessanten, wichtigen Gästen. Dann sag ihm, dass noch einer vor der Tür wartet. Gerald von Riva. Und ich gehe erst, wenn ich ihn gesprochen habe. Na schön. Ich werde es versuchen. Einen Moment. Sigi Räufen bittet dich höflich zu sich. Ich bin Happen. Das Treffen findet in den Bädern statt. Wir gehen durch die Umkleide. Da kannst du deine Sachen lassen. Dann los. Du kannst dir ablegen. Deine Ausrüstung passiert nichts. Wenn ich jetzt aber nackig bin danach, dann muss ich die Folge abbrechen. Nö, ich hab Badeturan. Gott sei Dank. Wow. Wunderbar. Sigi Räufen wartet nebenan. Hey, Weißer. Netten Arsch hast du da. Hast recht gehabt. Der wird nicht rot. Und Junior hat ihm die Hand abgeschnitten und ihm befohlen, sie der Leiche in den Arsch zu schieben. Dann hat er die Leiche zurückgeschickt. So lang ein Händ. So lang ein Händ. Dann hast du Räuvens noch nicht gesehen. Die Angelegenheit ist ein... Ganz ruhig, Hacker. Hurensohn Junior ist ein toter Mann. Mein Sekretär schickt euch eine Nachricht. Du hast keinen Sekretär. Und wir eliminieren Junior nur dann, wenn alle von uns einverstanden sind. Räufen? Dein Gast. Verdammt, warum hast du den hier reingelassen? Weil ich mit ihm reden will. Das ist Geralt von Riva. Gut, dich wiederzusehen. Wie immer weiß ich von nichts verflucht. Wer zum Teufel bist du? Riven kann mich vorstellen. Ich bin ein Hexer. Ich muss mit Sigi reden. Geh dich nichts an. Hm. Ich denke, euer Gastgeber stellt mich vor. Er ist ein Hexer. Derjenige, der erst einen Attentat auf Voltist verhindert und den Monarchen dann getötet hat. Angeblich. Ich habe Voltist nicht getötet. Dir auch einen guten Tag, Dijkstra. Räufen. Oder wie auch immer du dich Gerallen nennst. Beim letzten Mal hat Geralt mich windelweich geprügelt und meinen Knöchel zermahnt. Ich frag mich, was er diesmal auf Lage hat. Eindringlinge. Sie haben sich ins Badehaus geschlichen. Mehrere Männer. Wovon zum Teufel spricht er? Ein verdammter Wahrsager? Mörder! Bitte nicht! Verfluchte Scheiße, ich hab's gewusst. Irgendwelche Waffen versteckt? Nur ein paar. Erste Klopperei mit Blank im Schniedel. Erste Klopperei mit Blank im Schniedel. Der hat noch seine Mama rufen, ey. Das wirst du bereuen, gottverdammt! Gute Arbeit, die Herren! Tut mir schrecklich leid. Meine Sicherheitsvorkehrungen haben versagt. Ich untersuche noch, wer, wie und warum. Das war Hurensohns Abschaum. Untersuchung des Wer und Wie beendet. Fang nicht wieder damit an. Vor allem nicht vor unserem Gast. Der hier reingeplatzt ist, direkt bevor sie angriffen. Zufall? Warum bezweifle ich das? Geben wir ihm eine Chance, sich zu erklären. Äh, ich muss sehen, mit ihm reden. Ich glaube nicht, dass ich deine Freunde kenne. Lange nicht gesehen, Dixer. Wie geht's denn? Wie geht's denn, Räufen? Jahrelang verschwunden, nur um hier in Novigrad wieder aufzutauchen? Oh, ich war hier und da. Hab übrigens einige Zeit in Serikanien verbracht. Was hast du in der Wüste gesucht? Die Einheit mit der Natur. Wirklich ein magischer Ort. Aber ich habe die Zivilisation vermisst und da bin ich wieder. Will in Novigrad Wurzeln schlagen und ein respektierter Bürger werden. Wer weiß, vielleicht auch irgendwann Stadtrat. Willst du mich deinen Freunden denn nicht vorstellen? Gut, dass Happen nicht hier ist. Wer würde mir für diese Ungehörigkeit den Arsch aufreißen? Francis Bedlam ist dir bekannt. Wem sollte dieser Patron der schönen Künste und Förderer von Unternehmern mit beschränktem Startkapital auch unbekannt sein? Und der Zwerg heißt Carlo Varese, auch als Hacker bekannt. Vorwiegend im Unterhaltungsgeschäft tätig. Okay. Ich suche nach Hurensohn Junior. Interessant. Was willst du von ihm? Er soll mir jemanden suchen helfen. Privatsacher. Junior soll mir helfen, jemanden zu finden. Hurensohn hat sein ganzes mieses Leben lang noch keinem geholfen. Ich bitte ihn höflich. Siehst du, Hacker, wenn du Junior nicht Onkel Ficker genannt, sondern höflich gebeten hättest, dann wäre er heute vielleicht gekommen. Meine Herren, habt ihr den beschissenen Verstand verloren? Was ist das für ein Kaffeekränzchen? Hurensohn macht Jagd auf uns. Die wird irgendwann erfolgreich sein. Wir müssen ihn zuerst töten. Aber bitte, hockt ihr hier im Wasser, furzt und guckt den Blasen beim Aufsteigen zu. Ich schicke meine Jungs derweilen Hurensohns Verstecke. Sollen Krach schlagen, den Wichser aufscheuchen. Und du, uralt oder wie auch immer du heißt, du willst Hurensohn finden? Finde erstmal mich. Hm, wo finde ich Junior? Hoffentlich finde ich Junior Verhacker. Ziehen wir uns vielleicht mal an? Sicher, natürlich. Dann reden wir unter uns. Was für ein Chaos. Hätte nie gedacht, mich darüber zu freuen, den Mann zu sehen, der für meine häufigen Bäder verantwortlich ist. Wenn du dafür sauberer bist, hat sich der Knöchelbruch doch gelohnt. Er heilte sehr schlecht. Kein Witz. Ich muss ihn wenigstens sechsmal pro Tag in heißem Wasser einweichen. Und wenn nicht, pocht er wie die Turmuhren von Boclair zu Sonnenuntergang. Tut mir leid, das zu hören. Ich hätte meine Gründe. Tut mir leid, das zu hören. Es tut dir leid. Dann hat sich's ja geklärt. Jetzt zeig etwas Mitgefühl und dann werde ich bestimmt wie durch ein Wunder gesund. Hör zu, Räufen. Oder eher, Dijkstra, da ich nicht in Stimmung für deine Decknamen, Passwörter und anderen Mist bin. Ich bin wegen einer bestimmten Sache hier. Wenn du zuhören willst, dann hör zu. Sonst erspar mir deine Witze und schmeiß mich gleich raus. Klar. Wo drückt der Schuh? Sprich. Denkst du, Hacker wird Hurensohn finden? Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall wird er die halbe Stadt abfackeln. So eine Verschwendung. Lass ihn, sag ich. Arbeite allein. Irgendwelche Ideen? Es gibt ein paar Viertel, in denen Junior Rückhalt hat. Dring da ein und sieh dich um. Aber sei diskret. Spar dir jedes Gewüte und Gefuchtel mit deinem Stahlpimmel. Alles klar. Ist deinen Partnern deine Vergangenheit bekannt? Wissen sie, dass du Sigismund Dijkstra bist, der ehemalige redanische Geheimdienstchef? Hacker, Bettlam und Junior. Na, die wären vielleicht Partner, wenn wir eine Mühle bauen und den Nachbardörfern das Korn malen würden. Aber wir müssen uns nur aus dem Weg gehen und hin und wieder abstimmen. Das macht uns nicht zu Partnern. Ob sie wissen, wer ich bin, wer ich war, Bettlam bestimmt. Die anderen ahnen es wohl. Wir reden nicht darüber. Warum auch? Du willst einen Krieg mit Vermeiden? Warum? Du und Bettlam wollt offensichtlich keinen Krieg mit Hurensohn. Warum nicht? Ich sage dir, was ich auch König Visi mir immer wieder gesagt habe. Krieg löst keine Probleme. Er führt zu Schwierigkeiten, die man dann wieder anders lösen muss. Es ist doch klar, dass jemand hinter Hurensohns Aktionen steckt. Ich mache ihn erst kalt, wenn ich weiß, wer. Ist sicher sinnvoll, sich erst mal umzuhören. Junior mag untergetaucht sein, aber er braucht Geld. Er kann ja nicht auf dem Trockenen sitzen. Glücksspiele. So macht er sein Geld. Junior kontrolliert die größte Spielhölle der Stadt. Werde nie vergessen, wie Herr Reich Hemmelfahrt da mal randaliert hat. Hatte einen Rubinring gesetzt und verloren. Außerdem gibt es noch die Arena unter der Stadt. Man kann mit Wetten fast so viel machen, wie mit dem Casino. Ständig werden da neue Muskelprotze angeheuert. Hurensohns Haus könntest du auch durchsuchen. Obwohl du ihn da kaum finden wirst. Aber vielleicht einen Hinweis. Okay, das Casino. Wo ist das? Wo finde ich die Arena? Wo ist denn sein Haus? Du sagst, Hurensohn hat ein Haus. Wo ist das? Das ist ein solides Steinhaus auf der Tempelinsel. Einmal über die Brücke. Aber da findest du ihn wohl kaum. So dumm ist Junior nicht. Okay, wo finde ich die Arena? Die Arena klingt vielversprechend. Wo ist sie? In der Kanalisation unter Gildorf. Aber du musst durch die Schaben rein und den Gestank der Armut ertragen. Tja, Junior liebt gute Kämpfe. Sicher gäbe er was drum, einen echten Hexer in Aktion zu sehen. Okay, und wo ist das Casino? Wo ist Juniors Casino? Bei den Türmen der Tempelwache. Offiziell hat Hurensohn nichts mit dem Casino zu tun. Also pass auf, was du sagst. Du solltest keinen Verdacht erregen. Okay, ich sollte mich auf die Sue noch dem machen. Mal sehen, ob ich Hurensohn im Casino oder in der Arena finde. Mit Hacker könnte ich auch mal reden. Mach, was du meinst, aber sei vorsichtig. Hurensohn rechnet zweifellos mit Rache. Danke für die Hilfe, Dijkstra. Verschwinde einfach, Hexer. Und wenn du den schmierigen Bastard nicht finden kannst, komm zu mir. Ich kenne ihn. Ich lasse mir was einfallen. Alles klar. Meisterspion zum Meisterverbrecher. Interessante Entwicklung. Vom Meisterspion zum Meisterverbrecher. Interessante Entwicklung. Warum? Nun, sie sind sich sehr ähnlich. Beide pflegen ein Netzwerk von Informanten und sind hartnäckige Unterhändler. Bestechungen, vereinzelte Mordanschläge. Immer die gleiche Leier. Ja, außer man tut es aufgrund irgendwelcher Ideale. Und jetzt? Jetzt finde ich, dass ich genug für Ideale gekämpft habe. Zeit mich, um mich selbst zu kümmern. Und bis jetzt läuft das sehr gut. Okay. Stehst du in Kontakt mit Radovid? Stehst du in Kontakt mit Radovid? Witzig wie immer. Ich habe keinen Kontakt zu ihm. Und ich würde es gerne dabei belassen. Er hat dir die Verschwörung mit Philippa Eilhardt wohl nie verziehen. Radovid verzeiht nicht. Nichts und niemandem. Mir nicht. Und schon gar nicht einer Logenzauberin. Okay. Weißt du, was mit Rittersporn passiert ist? Hör mal. Rittersporn ist verschwunden. Weißt du vielleicht, was mit ihm passiert ist? Das, was mit jedem passiert, der Junior auf die Füße tritt. Das heißt? Er wird umgarnt von hübschen Jungfrauen, die ihn mit Schaumwein und Pasteten verwöhnen, die mit Nachtigallzungen gefüllt sind. Na komm, Geralt. Was wird mit ihm passiert sein? Bestimmt liegt er am Grund des Ponta, die Hände mit den Seiten seiner Mandoline gefesselt. Laute. Von mir aus kann er auch mit einer gottverdammten Posaune dort unten verfahren. Warum so gereizt? Was ist los? Hast du ein Problem mit Rittersporn? Du hast nicht zufällig ein Hühnchen mit Rittersporn zu rupfen, oder? Natürlich habe ich das. Meinst du das ernst? Toternst. Rittersporns Neues Sonnett. In der zweiten Strophe benutzt der Arsch ein Couplet statt eines umschließenden Reims. Du kannst dir denken, was das für eine Beleidigung für einen Poesiekenner wie mich war. Das lasse ich ihm nicht durchgehen. Das habe ich ernst gemeint. Ich auch. Ich habe keine Zeit, mir über deinen wollüstigen Freund den Kopf zu zerbrechen. Hab genug eigene Probleme. Probleme, bei denen du mir vielleicht helfen kannst. Und wenn du das tust, könnte ich geneigt sein, nach Rittersporn zu fragen und rauszufinden, was ihm zugestoßen ist. Du bezahlst mich doch außerdem, oder? Möglicherweise, was gibt es denn? Du bezahlst mich doch, oder? Nichts ist umsonst, hm? Hast du auch so hart gefeilscht, als Em hier deine Dienste wollte? Ich weiß nicht, wovon du redest. Wer hat dir davon erzählt? Keine Ahnung, wovon du da redest. Du bist der beschissenste Lügner, den ich kenne. Zum Glück musst du kein Poker für mich gewinnen. Aber genug geredet. Ja, ich zahl dir was. Verlass dich drauf. Also, bist du dabei? Okay, möglicherweise. Was gibt es denn? Vielleicht kann ich helfen. Was brauchst du? Ich zeig's dir lieber. Aber, ein Bild sagt bekanntlich mehr als tausend Worte. Ach, und dir ist klar, dass du ne Klinge zwischen die Rippen kriegst, wenn du irgendwem was davon erzählst. Hab ich mir schon gedacht. Wunderbar. Und eines noch. Sagen wir, ein Befehl. Zieh auf keinen Fall dein Schwert, außer ich bitte dich darum. Bitte folge mir. Das ist ja mal geil, oder? Ich folge ihm gleich. Ups. Okay, hier ist nix. Das hört sich ja mal ein Beowulf oder sowas an. Oh, Bart. Nicht schon wieder. Bart. Bart, hör auf damit. Sofort. Bart, hilf! Bart, machen Sie die voll Niedelzatsch. Deinen Kopf gegen die Wand zu schlagen, wird nichts daran ändern. Bart, Aua. Bart, nicht denken. Bart, nicht traurig. Warum hast du mich hierher gebracht? Wo hast du einen Troll her? Wo hast du den Troll her? Aus Erekanien. Hab ihn gewonnen. In dem Kartenspiel gegen den Kamelhändler. Deine Witze werden immer besser. Lach ich etwa? Ich mein's todernst. Bart, sie in Buckelpferde. Heißt da. Sigi Bart mitnehmen. Sigi gut. Warum hast du mich hergebracht? Du scheinst dich ja mit dem Troll bestens zu verstehen. Also, was soll ich hier unten? Merk dir das Loch da. Ich komm nachher nochmal drauf zurück. Siehst du die Tür da? Dahinter ist die Schatzkammer. Bis vor kurzem noch voller Novigrader Kronen und anderer Wertsachen. Bart bewachen. Dann machen Bums. Ich übersetze mal. Irgendein Arschloch hat sich mit fast 20 Tonnen meines Goldes und dem ganzen kleinen Zeug vom Acker gemacht. Und du bringst es mir zurück. Kriegst du das nicht auch alleine hin? Warum machst du das nicht selbst? Du hast doch Verbindungen zur Unterwelt. Wozu brauchst du einen Hexer? Das Gold gehört mir nicht allein. Nun, ich führe eine Art Sparkasse für bestimmte Leute. Eine Bank für Eingeweihte. Der Grund dafür dürfte klar sein. Ich will nicht, dass meine kurzfristigen Liquiditätsprobleme bekannt werden. Also brauche ich jemanden von außen. Woher weißt du, dass du mir vertrauen kannst? Ich weiß es nicht. Ich zähle auf deinen Überlebensinstinkt. Wenn du einen Fehler machst, verfüttere ich dich an Bart. Bart leidtun. Bart das tun müssen. Hm. Na schön, ich werde dir helfen. Na schön. Ich werde dir helfen. Du strahlst ja nicht gerade vor Begeisterung. Hexermutationen. Die rauben uns die Emotionen. Sonst würde ich vor Freude an die Decke springen. Na gut. Ich sollte mich mal umsehen. Aber erst ein paar Fragen. Bin ganz ur. Wie viel war das alles wert? Wie viel war das alles wert? Was schätzt du? Wieso zum Teufel interessiert dich das? Geht's dir um den Finderlohn? Verspricht dir nicht zu viel. Dafür kenne ich dich doch viel zu gut. Ich weiß nur gern, wonach ich suche. Drei Truhen nilfgardische Florenen. Eine Truhe mit Smaragden, Rubinen und Topasen. Silberne Kerzenhalter und Servierteller. Und so weiter. Glänzenzatsche. Alles weg. Hat irgendwer gesehen, was passiert ist? Außer Bart? Nein. Und der genaue Standort der Schatzkammer ist nur den Miteigentümern bekannt. Tja. Und den Dieben. Und oben? Ist am Tag des Raubs irgendwas Ungewöhnliches im Badehaus vorgefallen? Nein. Happen schwört, es sei ruhig gewesen, wie immer. Die üblichen Kunden, keine Vorfälle. Eine verfluchte Idyll. Okay, sind die Dieben durch das Loch eingedrungen. Ich vermute mal, vielleicht hängt ja der komische Türöffner da mit dazu, irgendwie integriert oder so. Ich schätze, die Dieben sind durch das Loch hinter dir reingekommen. Du bist ein echter Meisterdetektiv. Sonst noch irgendwelche brillanten Schlussfolgerungen? Das Ja vielleicht? Den scheiß Namen von Redaniens König? Nein. Aber ich frage mich zum Beispiel, woher das Loch überhaupt stammt. Kein Loch. Bums. Loch. Bart wolle nachsehen. Bart nicht sehen, nur schlafen. Schlechte Nipze. Kopfwirre. Bums, kannst du das näher erklären? Schlechte Pilze, wie meinst du das? Schlechte Pilze? Wie meinst du das? Popssporen. Die sind hochgiftig. Ein Atemzug und du bist tot. Es sei denn, du bist ein Troll. Der Bart. Bart Troll. Ich rede nicht mit dir, du Blödmann. Wobei stehen... Ach ja, Popssporen. An den Wänden der Kanalisation hinter der Schatzkammer. Hielt sich erst für nützlich. Zusätzlicher Schutz und so. Die Diebe haben sie überwunden. Bart, hast du sie gesehen? Bums. Bart durch Loch sehen wollen, woher Bums. Atmen, Liebze. Schlafen ein. Zatsch, futsch. Böser Treu. Na, na. Kopf hoch. Bums, kannst du das näher erklären? Bums. 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 Groß so. Ich mach das. Explosion. Groß genug, um dieses Scheißloch in die Wand zwischen Schatz und Kanalisation zu sprengen. Du kannst dich ziemlich gut mit dem Troll verständigen. Hab mich ja in meinem Leben schon mit so manchem Idioten abgeben müssen. Hm. Hast du versucht, die Diebe selbst zu verfolgen? Klar doch. Habe diesen Trottel angeheuert, Fons. Dumm genug, keine Fragen zu stellen. Haben was gegen die Pops-Sporen eingeworfen und sind in die Kanalisation. Bin aber allein wieder rausgekommen. Was ist passiert? Der Kerl hat auf einmal so entsetzliche gerülpst, dass die Wände gewackelt haben. Hab ihm gesagt, Fons, hör auf, du bist mit einem Grafen, nun ja, ehemaligen Grafen, unterwegs. Und dann hat er sich übergeben und das meiste gegen Gift ausgekotzt. War nicht mehr geschützt. Hab versucht, ihn rauszuziehen. Da sind auf einmal Blasen aufgestiegen. Irgendwas kam aus dem Wasser. Das Leben meiner Männer ist mir wichtig. Aber meins noch mehr. Habe Fons losgelassen und bin wie wild weggerannt. Okay. Wie sah dieses Irgendwas aus? Kannst du dieses Irgendwas beschreiben, das aus dem Wasser kam? Nein, kann ich nicht. Die Luft dort unten ist voller Sporen. Man sieht kaum die Hand vor Augen. Du musst doch was gesehen haben. Was... Nein, einen Scheiß habe ich gesehen. Und eine taxonomische Untersuchung habe ich auch nicht gemacht. Ich weiß, dass dir das nicht gefällt. Aber ich wollte da weg, so schnell ich konnte. Ich sollte mich mal in der Kanalisation umsehen. Hast du noch was von dem Gegengift? Noch ein paar Fiolen. Und das Rezept. Ekliges Zeug, wenn ich ehrlich bin. Aber es rettet dir das Leben. Hier. Danke. Nichts zu danken. Wirklich. Wenn du erstickst, nützt du mir nichts. Gut. Ich bin oben, wenn du mich suchst. Von der leeren Schatzkammer kriege ich noch ein Magengeschwür. Viel Glück. So, Leute. Rita Sporn, wo bist du da bloß reingelassen? Ich würde sagen, wenn man hier Schluss... Und beim nächsten Mal schauen wir mal, was wir hier ausfinden vom Schatz. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen und bis bald. Bis bald. Vielen Dank.